Viele Menschen erleben immer wieder in ihrem Leben, dass sie in verschiedenen Bereichen noch keinen Sieg haben. Sie sind aggressiv, reagieren schnell ärgerlich oder zornig. Sie sind sehr ichbezogen oder eifersüchtig. Eifersüchtig auf das, was der andere hat und wenn ich das hätte, dann könnte ich auch anders sein. Oft in Feindschaft, in Beziehungen lebend und viele sagen dann, ja ich kann eigentlich gar nichts dafür. Ich bin ja so gebaut. Ich bin so gestrickt und das habe ich schon immer so gemacht und eigentlich und ja, ich kann da nicht wirklich raus. Die Bibel spricht aber ganz, ganz eindeutig in diesen Punkten von den Werken des Fleisches, wo sich das Fleisch, also von den Haltungen des Fleisches, die sich gegen den Geist stellen. Paulus macht da einen Strich drunter und sagt, die, die so etwas tun, die werden das Reich Gottes nicht erben. Die Bibel ist da sehr, sehr deutlich und vielleicht sagst du jetzt, oh ich kann aber nichts dazu und ich kann auch nicht mich verändern. Da möchte ich dir sagen, nein, 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 das stimmt nicht. Du hast die Möglichkeit, aus diesen Fleischwerken, aus diesen Fleischhaltungen herauszutreten in etwas Neues, was Gott dir anbietet. Denn gleich danach, als Paulus die Fleischhaltungen beschreibt, beschreibt er die Frucht des Geistes. Das, was der Heilige Geist in dir wirken möchte, das ist etwas ganz anderes, das ist genau gegenübergesetzt. Und du kannst diese Frucht des Geistes bekommen. Der Heilige Geist möchte sie dir schenken. Er möchte sie dir einfach anbieten. Und du kannst sie nehmen, in dein Leben hineinnehmen. Dort heißt es, dass Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit in deinem Leben wachsen sollen, wachsen können. Der Heilige Geist hat diese Frucht in dein Leben gepflanzt und er möchte sie zur Entfaltung bringen. Das ist ein Wachstums- und ein Reifeprozess. Aber dieser Prozess beginnt damit, dass du dich ausstreckst, abwendest von den Fleischhaltungen, um Vergebung bittest, Buße tust, schnell darin bist und dich dem zuwendest, dass der Heilige Geist diese Frucht in dir immer mehr und immer mehr hervorbringt. Er möchte, dass du ganz neu ein Verständnis dafür bekommst, dass du diese Frucht haben kannst, dass du diese Frucht genießen kannst in deinem Leben. Du musst nicht so bleiben, wie du dich jetzt empfindest. Du musst dich nicht sieglos oder bekämpft darstellen, sondern du kannst in dieses Neue hineinkommen. Der Heilige Geist möchte dir helfen. Heute ist ein guter Zeitpunkt dafür, ein Verständnis darüber zu bekommen und einen neuen Schritt in die Frucht des Geistes hinein zu tun. Ich wünsche dir, dass du das erfährst, dass das möglich ist und dass Gott in diesem Bereich mehr für dich hat.